Ab 16. Juni in ihrer Videothek. Ein Abenteuer ganz besonderer Art. Fetzige Chaos. Und ein Duell in der Tiefe. Fetzige Chaos. Ich habe meinen Ring verschüttet. Ab 16. Juni in ihrer Videothek. Zwei außergewöhnliche Meister des Spielfilms. Steven Spielberg und Joe Danty. Mit den Kremlins zum ersten Mal als Team erfolgreich. Führen sie erneut in ein Kinoabenteuer ganz besonderer Art. Selbst die Gremlins werden Augen machen. Steven Spielberg zeigt einen Joe Danty Film. Die Reise ins Ich. Stoßen auf in ein Diamant Ring. Twist in die Nacht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, zündung! Primäre Induktionsspule überlassen. Feuer! Mann, Jack! Jack, hoch mit dem Knie! Haus ihm da rein, wo es wirklich wirkt! Gut, verpass ihn, dein Ding! Verschwinde! Auf Mikrobengröße verkleinert, soll der wackere Testpilot Tuck Pendleton in einem bazillengroßen U-Boot das Körperinnere eines Versuchskaninkids erforschen. Aber statt in dem weißen Langohr landet er im Allerwirt. Ich bin in einem fremden Menschen, jetzt hat's mich endgültig erwischt, ich bin in einem fremden Menschen umgeben von Fremden in einem fremden Raum. Miniaturisierung, Jack. Das ist der Knaller. Es geht mir nur ums Geld. Und aus diesem Grund, Jack, bleibt uns nichts anderes übrig, als diese kleine Kapsel aus dir herauszuholen. Es folgt ein wahnwitziger Wettlauf mit der Zeit. Während Jack von mordlustigen Industrie-Spionen verfolgt wird, hat er das ungute Gefühl, dass der Minimann in seiner Blutbahn bald wieder Normalgröße erreichen wird. Alles okay, Jack? Jack, fühlst du dich irgendwie nervös? Eigentlich fühl ich mich im Augenblick ganz locker und entspannt, danke. Du hast gerade den bösen Käfer verdauert.